Ja Momo Leute, euer Seyo hier und herzlich willkommen zu meinem persönlichen Albtraum. Äh, ich hab hier ehrlich gesagt, ich hab noch keinen Bock rumzulaufen. Das ist, das ist ein nettes Spiel, muss ich sagen, ja, aber pass auf Schatz. Äh, dieses Level ist so grottig, ich hasse es, ist absurd. Oh Gott, ich sehe schon, das wird eine Arena. Ich komm von oben runtergespucken. Hallo? Nicht töten. Pass auf, Lügner. Ein Drachenstein. Okay, ja, wieso nicht? Damit kann ich mein Schwert aufbessern. Mein, mein sekundärer Weapon sozusagen. Aber es war keine Falle. Ging es da irgendwie noch weiter? Ne, da war alles zu. Hä? Das war ja crazy. Ne, was soll's. So, na, meine Lieblingsgegner. Ich bin gerade so schnell genug, um die fertig zu machen. Ähm. Ich würde sagen, wir scheißen mal auf das ganze Gift und so, ne, fürs Erste und sammeln einfach nur den ganzen Schüssel ein. Ist mir egal, ob ich jetzt sterbe, ich will einfach nur die ganzen Schüssel haben. Ah, guck mal, da oben kommt wieder einer. Au. Ich mach einen noch scheißegal, ich will nur den Schüssel haben. Ich wette, diese ganze Level ist einfach nur dazu da, um dich zu quälen. Du willst alle Sachen haben, ja, dann quäle dich doch durch. Guck mal, hier sind irgendwelche Raupen. Au. Die wehtun. Nicht schlagen, danke. So, was haben wir hier? Äh, pass auf, Geheimfahrt. Uh. Nein, dich mal was Helles, Freundliches. Ein Plankenschild. Wow. Dann springen wir hier einfach runter. Oh, hallo Gegner. Au, au, ich bin tot scheiße. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Das Problem ist ja, ich habe keine Pfeile, sonst würde ich mich ja einfach durchpfeilen. Mh, ja, ist ein bisschen blöd, ne? Ich könnte den Loot auch einfach liegen lassen. Aber ich will jetzt auch meine Seelen zurückhaben. Okay. Äh, wir werden ein bisschen besser aufpassen. Ja. Dem Gift würde ich ungern kämpfen. Lass mich doch erstmal... Von wegen Giftresistenz. Ach Gott. Wieso habe ich mich jetzt gedreht? Wieso ist der einfach rumgefallen? Uh. Das ist ja ne... Ich euch einfach hasse. Könnt ihr euch nicht ein Hobby suchen? Und mich einfach in Ruhe lassen? Oh. Okay, untersuchen wir den ganzen Scheiß hier einfach. Ganz bequem, bis wir einen Ausgang finden und dann... Ich gehe dann einfach raus. Ganz ehrlich, sobald ich einen Ausgang gefunden habe, dann gehe ich einfach. Oh Mann, lass mich doch in Ruhe. Ja, nice. Och Mann! Okay, nein. Wir gehen mal in die andere Richtung, gucken, was da so abgeht. Ich hasse dieses... Ich hasse dieses Level-Design. Gift. Gift ist das Schlimmste in allen Spielen. Kann es nicht irgendwie einmal sein, dass man von Gift verschont bleibt? Ich ziehe es auch in der Erwägung, das Schwert zu wechseln. Nur für diese Abteilung. Wo ist mein schönes Schwert? Gerade das Drachenschwert. Vielleicht gehe ich auch eher darauf. Und auf beides. Testen wir es mal. Na gut, hier brauche ich drei Schläge. Natürlich eine ganz andere Nummer. Na Jungs? Probieren wir es mal an euch aus. Oh ja, das... Ich brauche hier ein schnelles Schwert, ganz ehrlich. Ich brauche hier einfach dieses schnelle Schwert. Einfach nur, um mit den kleinen Vieren klarzukommen. Na Großer, ich habe da was mitgebracht für dich. Sei freundlich. Bestimmt deine Mutter. Oh, hier geht's hoch. Oh. Das sieht aus, als würde es da lang gehen. Oh nein, was war das? Irgendwelche dicken Mitsche... Oh Gott. Gehen wir erst mal ruhig hoch. Na, Kleiner da unten. Hat zwar 4.000 Seen verloren, aber ganz ehrlich ist mir scheißegal. Ich werde hier sterben. Wer denkt sich denn sowas aus? Ach du Scheiße. Nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ich hätte gerne ein Spiel, um meine Waffen zu verbessern. Um alle Waffen zu shotten. Um meine Waffen zu shotten, auch nicht schlecht. Das Problem bei diesem Schwert ist, was ich hier habe, es hat natürlich keine Bonus-Stats, ne? Ah, hi Kollege. Ich werde wohl... Jetzt lass mich in Ruhe eine Alternativwaffe zu dieser hier suchen müssen. Dass ich eine schnelle und halt eine langsame habe. Weil die langsame dann für die... Ja, schwere Gegner, die jetzt sowieso nicht so schnell sind. Komm ich von hier? Und das für eher kleine Gegner. Ah, ich kam von hier, okay. Hab ich hier schon alles angeguckt? Ja. Und wenn ich irgendwie Gegner finde, die ich einfach nur backstabben kann, dann nehme ich die dicke Waffe. Und wenn es so kleine Viecher sind, wie hier diese komischen Glühwürmchen und so weiter, dann dröge ich die hier. Und wo werde ich abgeschossen? Oh Gott, meine Nase juckt. Ich verstehe es nicht. Ich bin vergiftet. Geil. Geil. Hä? Was sind die Typen? Warte. Oh. Ich sehe... ...wo die Typen sind. Okay. Gehen einfach mal hin und versuchen, denen mal übelst auf die Fresse zu verlieren. Scheiß auf Gift. Sobald die einmal weg sind, sind sie weg. War das jetzt? Aha. Wie giftig? Sobald die einmal weg sind, sind sie weg. Nur das müssen wir bedenken. Das ist das große Ziel. Ist doch gut. Ja, ist doch gut. Weg mit dir. Okay. Kommt ihr um die Ecke? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock auf Gangbang? Vor allem der andere, der ist da noch so schön geschützt. Oh fuck. Wo bin ich jetzt? Nein, bei irgendwelchen Hunden. Oh, hi. Das ist zu dir. War das der von da oben? Ist der runtergekommen? War der so freundlich? Ich versuche sie mal einzeln zu pullen, die ganzen Hundis hier. Aber wenn ich nicht wirklich viel sehe. Aus. Fifi, aus. Okay, der ist aber alleine, oder? Ah, da geht's wieder hoch. The fuck jetzt. Nein, bitte, bitte, tötet mich nicht. Tut mir das nicht an. Wo kam jetzt der andere her? Ah, und zwar ist das Lockhaus. Alles wird gut. Seid ihr schon sauer auf mich? Nein? Hatcher tot? Jetzt. Oh Gott. Weg aus dem Scope. Ich glaube, ich werde einfach die Axt verbessern, die wir da haben. Und hoffen, dass da irgendwie was dann... Obwohl, die Skalierung war auch nicht so gut, ne? Ich brauche eine Waffe mit einer richtig guten Skalierung. Wir müssen einfach nur eine Waffe finden, mit einer richtig guten Skalierung, die wir dann immer schön aufrüsten. Was haben wir denn hier so schönes? D, E, C. C ist schon mal gut. Claymore. Das ist auch so ein großes Ding, ne? Gewicht 6, Gewicht 14, ne? E, A. Du gehst auf Geschick. Geschick. Ja, die Axt geht eher so auf C, aber ich hätte kein B oder A. Das wäre der Knüller. Da, guck mal, der hier geht auf A. Achso, das ist der Bogen. Ich habe also noch keine richtige Waffe für mich gefunden. Naja, wir schaffen es ja noch mit den Waffen, die wir haben. Und bis dahin werden wir schon ordentlich Waffen gefunden haben, die zu uns passen, mit einer guten Bewertung auf Stärke. Ich sehe es positiv in die Zukunft. Das wird schon. Hier war noch ein Gift-Heilie, ne? Ja. Oh, ich habe vergessen, den Loot aufzusammeln. So, die hätten wir beseitigt. Autsch. Feuerhüterseele. Ja, endlich. Endlich. Ein besseres Zeug. Andere Seite. Jetzt haben wir zumindest schon mal bessere Estos-Flakons. Ich meine, wir müssen noch ordentlich auf Leben gehen, bis sich das lohnt. Vielleicht werde ich zwischendurch mal eine Farm-Runde einlegen müssen. Weil wir haben jetzt ziemlich viel XP verloren, dadurch, dass ich gestorben bin. Ist ein bisschen uncool, aber naja. Was willst du machen? So. Irgendwas Schreckliches noch? Aber du bist ja nicht schrecklich. Oh, ihr seid zu zweit. Okay, gut, das ist schrecklich. Wer weiß, wo du überhaupt herkommst? In Moritz-Wu so. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin in der Kameraführung, wäre ich auch fast drunter gesprungen. Das wäre eklig geworden. Ernsthaft? Er ist ausgewichen, indem er mich angegriffen hat. Okay, was haben wir da jetzt gefunden? Zauberei, Linderung. Ich bräuchte jetzt eine Linderung von dir. Lasst mich doch einmal in Ruhe. So, Sieglermaske. Fluchresistenz. Okay. Fluchresistenz. Hat richtig gute Werte, aber nicht so gut in Gift. Und Gift ist das... ...was ich derzeit brauche. Gift 31. 47 da. Hm, hm, hm. Alles wird gut. Alles wird gut. Macht dir keinen Stress. Oh, hier ist noch eine Leiter. Oh, hier ist noch eine Leiterung. Ups. Kurz vergessen, wie man zuschlägt. Das passiert, wenn man mehrere Spiele auf einmal spielt. Tut dies nicht, Freunde. Tut dies nicht. Let's Player sein ist schon kacke. Gehe ich jetzt wieder zurück, da wo wir waren? Oh, das kann sein. Ach, kacke. Das sieht schon so aus, ne? Wir sind doch in der Nähe. Geht's hier noch irgendwo lang? Ah, da ist ein Weg. Oh, ich bin komplett falsch. Oh, hier ist eine Sackgasse, glaube ich, oder? Oder? Ja. Ich glaube, die Leiter, die wir suchen, ist diese hier. Die führt uns dann ziemlich weit nach oben. Wahrscheinlich zurück zum Anfang. Vielleicht ist das hier eine Abkürzung oder so. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Weil das Interessante war, glaube ich, da hinten mit den Riesen. Okay, Konzentration, um meine Leiche wieder zu bekommen. Konzentration, nicht runterfallen. Ich darf das Ganze hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. So. Ich hasse dich. 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 Dich am meisten. Du bist der Onkel Herbert. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay. Okay, suchen wir den Weg, den wir finden wollten. Es ging darum, wo wir gerade waren, wahrscheinlich einfach nur um den Loot. Die ganzen hässlichen Kackfiecher mit dem Gift sind weg. Das heißt, wir müssen uns hier keine Sorgen machen. Wir müssen nur die Leiter nach oben finden. Ah, guck mal. Jetzt haben wir dran vorbeigelaufen. Aber alles wird gut. Und wir gehen jetzt hier einfach hoch. Da oben wird ein niedlicher kleiner Boss sein, den töten wir und dann sind wir hier raus. Nie wieder diesen Ort. Nie wieder diesen Fuck-Drecks-Kack-Ort. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn abgrundtief. Achtung, vor dir springen. Nein, ich werde hier nirgendwo runterspringen. Nie wieder. Ich werde dieses Level jetzt 1a durchspielen. Und dann freue ich mich einfach. Dann freue ich mich einfach, dass die ganze Scheiß hier vorbei ist. Oh, guck mal, die Giste. Neulondo-Ruinenschlüssel. Okay. Okay. Hey, Diggi. Kannst du mir den Rücken nicht einfach zeigen? Zeig mir deinen schnuckligen Rücken. Ja, so wollte ich das sehen. Hör auf zu treten. Wieso tritt man einmal grundlos? Ich will nicht treten. Oh, das sind ganz viele Diggis. Okay, dann werde ich einmal ganz kurz das Drachenschwert hier ausrüsten. So. Kommt nur einer? Es kommt nur einer. Sehr schön. Wenn jetzt beide gekommen wären, dann gäbe es hier jetzt eine Kotzparade von meiner Seite. Oh, ist der schön. Zeig mir deinen niedlichen Rücken. Oh, ist der schön. Ist der schön. Deine Mutter wäre bestimmt richtig stolz auf dich. Und deinen Rücken. Oh. Nächste Diggi, bitte. Oh, gut, 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 gut. Zeig mir deinen süßen Rücken. Ja, zeig mir deinen süßen. Oh, ist der schön. Er könnte ja Geschwister sein. Du und Michael Jackson. Ja, Michael Jackson hat den schönen Rücken. Ihr habt es alle gut erfasst. So, versuch es mit Angreifen, okay? Stoß in den Rücken. Äh, aber jetzt habe ich dich doch schon besiegt. Was bringen wir denn in diese Info? Versuch es mit Distanzkampf. Hä? Drachental. Oh Gott, ich bin wieder im Drachental. Wo ist jeder Loot. Und keine Drachen. Das ist gut. Das reibt sich so schön. Seele Soldat. Neulondo Ruinen-Schlüssel. Okay. Ruinen von Neulondo. Weil ich kann. Kamen wir von hier? Ne, kamen wir von da. Loot. Hm, Seele eines namenlosen Soldaten. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rumlaufen. Aber ich bin froh, dass ich aus diesem Giftteil da draußen bin. Sieht schon cool aus. Ich freue mich auf das Gebiet. Ich bin wunderschön. Feuerband schreien. Ich bin zurück. Geil. Ich werde hier aber nicht an Feuerband rumruhen. Ich werde nämlich Heimkerknochen benutzen. Was ich allerdings machen werde... Schwarzer Aukapfel? Rot. Aber die Feuerhüter-Seele. Hä? Was soll denn das? Das ist die Feuerhüterin tot. Die ist einfach tot. Die ist... Wieso ist die einfach tot? Inversion der Welt der Feuerhüterin-Mörders. Oh, jemand hat die Feuerhüterin getötet? Wer tut denn sowas? Ich brauche die doch! Keine Feuerhüterin. Läuftfeier kann nicht entzündet werden. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Das ist jetzt eine ganz große Verarsche hier, oder? Ich sage, da hast kage. Wer bist du denn? Oh. Ich finde, ja, okay. Oh, wirklich? Aber ich bin auf der Freude, und ich wünsche, dass ich... Ich finde Magie toll. Nein, bitte. Ich hab's mit... Oh, nein. Oh, hallo. Ich bin froh, dass du dich sicher sehen kannst. Oh, und... Ja, ich hab meine Meinung geändert. Oh, wirklich? Oh, das ist doch nicht dein... Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Nein! Hör auf damit, Zero. Hör einfach... Hör einfach auf. Ja, wunderbar. Ich bin sicher, dass... Hier, erst mal... Pyramantieflamme. Flamme aus dem Great Swamp. Jetzt, du bist ein vollziehter Pyromancer. Oh, ja. Also, lass uns jetzt beginnen. Okay, Ausrüstung umwandeln. Pyramantieflamme. Pyramantieflamme 1. Was bräuch ich denn dafür? Oh, das kostet Seelen. Oh, das muss ich einfach mal gemacht. Oh, da war noch was anderes. Gegenstand kaufen konnte ich auch noch. Oh, was ist denn? Also... So, Feuerkugel. 8000 Verbrennung. Eisenfleisch. Blitzschweiß. Feuerball. Wieso ein einfacher Feuerball? Wieso nicht? Kleine Viecher einfach verbrennen, wenn die irgendwas machen. So, wie funktioniert das jetzt? Ich nehme an, diese Pyramantieflamme... Pyramantie ist eine Waffe. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. So, Pyramantieflamme 3. Okay. Und jetzt, ähm... Ich sehe schon, wir haben ja hier noch einen vierten Slot hier oben. Wo ich nicht drücken kann. Und ich wette, da gehörst du rein. Nur, wie packe ich dich da jetzt rein? Wie funktioniert das mit der Magie hier? Ja, weil wir nutzen, noch Einfolge ändern. Ja, aber wie funktioniert das jetzt? Hä? Wie packe ich etwas in diesen Zauberei-Slot? Check ich nicht. Ich checke es nicht, wie das funktioniert. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Hä? Hier ist ein Zauberer-Slot. Bisschen seltsam. Hm. Na gut, dann halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, ähm... Hast du was zu sagen? Ach, sind die jetzt endlich da? Das ist nicht die Krähe. Okay, hier pennt euch jemand. Hä? Diese Spiel ist sehr seltsam, Freundi. Es ist sehr seltsam. Da, guck mal hier, da sind die alle. Wirst du die neue Feuerhüterin? Du bist auch nicht tot. Dann haben wir keinen Zeitpunkt, um sich zu gefährden. Ich habe meine Mission und du hast keine Angst. Wir müssen uns nicht die Krähe überkommen lassen. Wollte ich nicht die Urheiligkeit unserer... Wie bist du so unruhig, dass sich solche Verpflichtungen zu verlieren? Von den Augen von dir... Ich sollte nicht denken. Wollte ich nicht die Urheiligkeit unserer... Ja, gut. Wer bist du? Hm? Was haben wir hier? Du siehst sehr schrecklich. Die Zeit ist grün. Das Leiste, was du kannst tun, ist sie scharf. Du siehst nicht, meine Frau zu sehen, wie das. Du siehst du sie für gut. Die könnte euch einfach alle töten. Was sagst du dazu? Oh, du wieder. Was Geschäft hast du hier? Ich glaube nicht, dass wir ihnen helfen können. Wir unterstützen meine Frau auf ihrer rechte Mission. Es ist ziemlich eine Worte, aber ich bin mit ihr. Und Nico auch. Ich kann sie jetzt nicht sehr gut abhören. Na gut, was sagst du? Hm? Hm? Okay, da kann ich reden. Oh, hallo. Meine Gäste sind endlich gekommen. Ich werde mit ihnen kurz abhören. Also, ich bin mir Angst, dass ich bald bald sagen werde. Es war ein Freude. Mir auch. Gut. Das ist da und so. Wir haben uns hier umgesehen. Unsere vorherige Hüterin ist tot. Wir werden den Augapfel gleich mal einsetzen und gucken, was passiert. Ähm. Vorher werde ich aber nochmal zurückreisen. Denn ich möchte jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin, äh, den Augapfel einsetzen. Gut. Aber das dann zu morgen. Wir sehen uns morgen hier mal wieder in Schandstadt. Ich habe mich gefreut, kurz aus Schandstadt, Schandstadt draußen zu sein. Und was uns da hinten bei den, äh, Golems erwartet, das erfahren wir vielleicht morgen, falls dieses Augapfelzeug da irgendwie nicht funktioniert. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.